Moin Leute! Gefährlicher als Pandemien und Atomkrieg, die Vernichtung der Menschheit, aber auch ein Mega-Hype. Solche Schlagzeilen finden sich in der Tagesschau oder im MDR zum Thema KI, aber mein absoluter Liebling ist der hier vom Fokus, der grapschende KI-Roboter Mohamed. Und das Problem dabei, viele Menschen verbinden KI mittlerweile nur noch mit Angst oder Overhype. Und das häufig gepaart mit sehr mangelnder Information oder auch sehr schlechter Information, weil glaube ich oft die Artikel es selber nicht verstehen. Und das ist ganz bestimmt eine sehr, sehr schlechte Kombination für einen sachlichen und dringend notwendigen Diskurs zum Thema KI. Um das Ganze etwas zu entmystifizieren und um euch zu zeigen, was wir in der Forschung mithilfe von KI und Maschinellen lernen, Dinge wie den Spritverbrauch, die Emissionen und auch die Lautstärke von Flugzeugtriebwerken verbessern können, bin ich zu meiner Arbeit beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im Institut für Antriebstechnik gefahren und zeige euch heute, was wir damit eigentlich ganz konkret tun. Wir werden aber auch noch über Risiken reden, denn es ist nicht so, als gäbe es keinen. Ich will das nicht verharmlosen. Und ich werde im Nachgang auch noch ein Interview bringen, das kommt quasi nach dem Video. Also bleibt unbedingt dran mit zwei meiner Wissenschaftskollegen zu dem Thema. Das werden wir führen und ich werde sie natürlich auch fragen, ob sie Schlagzeilen wie die Vernichtung der Menschheit und so weiter für sinnvoll halten oder auch nicht oder für übertrieben oder auch nicht. Okay, was wollen wir denn eigentlich oder was forschen wir? Und was hat das mit KI zu tun? Naja, je nachdem, was ich will, habe ich eine komplett andere Anforderung an so ein Triebwerk. Zum Beispiel zivile Triebwerke, also die Dinger, mit denen ihr auch in den Urlaub fliegt. Und militärische Triebwerke im Gegensatz dazu. Hier links seht ihr zum Beispiel eine F-22. Das ist aktuell eines der modernsten Kampfflugzeuge, das es gibt. Und rechts seht ihr einen A320. Es ist vermutlich ein Flugzeug, mit dem die meisten von euch sogar schon mal in den Urlaub geflogen sind. Also die A320 ist fast doppelt so lang und fliegt fast das Doppelte im Leergewicht. Vergleichen wir jetzt mal die Triebwerke, denn hier wird es verdammt spannend. Das ist wirklich, wirklich krass. Okay, hier seht ihr die beiden jetzt mal im Vergleich. Und jetzt, Moment mal, was ist denn da los? Wir haben hier zwei Flugzeuge. Eins ist fast doppelt so groß und doppelt so schwer. Und die Triebwerke haben aber fast denselben Schub. So, und das eine Triebwerk vom A320 ist trotz des gleichen Schubs viel, viel größer. Warum? Darum. Ja, das Teil kann einfach senkrecht nach oben fliegen. Es sieht fast so aus, als wären die Flügel nur noch eine kleine, nur noch eine Zierde. Nein, das ist natürlich Unsinn. Aber die Triebwerke sind im Verhältnis zu dem Gewicht des Flugzeugs und auch der Größe sehr groß dimensioniert. Also schon fast überdimensioniert. Uns, die haben einen Nachbrenner natürlich, aber auch eine verstellbare Düse hinten und so sind die extrem manövrierfähig. Ne, dafür im Gegensatz wird es halt mega hart belastet und muss somit öfter gewartet werden. Was auch sehr, sehr wichtig ist bei einem Triebwerk. Um das mal zu verdeutlichen. Zieht euch mal einen Eurofighter mit zwei EJ200 Triebwerken bei voller Geschwindigkeit rein. Das ist nämlich zweifache Schallgeschwindigkeit und der muss dann eine Leistung von 156.000 PS bringen. Ja, und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass da im Inneren des Triebwerks sehr, sehr wenig Platz für Fehler ist. Also jede Komponente muss extremste Belastungen und Temperaturen aushalten. Und die Auslegung solcher Triebwerke ist deswegen ingenieursmäßig eine echte, echte krasse Herausforderung. So, militärische Triebwerke sind aber auch lauter und natürlich ist der Treibstoffverbrauch und die Emissionen bei der Auslegung eher zweitrangig. Aber Dinge auch wie die Radar- oder die thermische Signatur, also die Sichtbarkeit, sind da natürlich wichtig. Daher auch bei Tarnkappen bomben man zum Beispiel diese komischen flachen Formen. Bei einem zivilen Triebwerk ist es total anders. Da geht es eher um emissionsarme Triebwerke. Die müssen leise sein, das ist das ich natürlich nicht so oft höre, weil die ja überall rumfliegen, auch teilweise in der Nähe von Wohngebieten. Die müssen günstig sein, die müssen wartungsarm sein und langlebig und spritsparend. Also hier sind, da seht man, das sind eher so Arbeitssphäre, die lange, günstig und zuverlässig durchochsen sollen. Okay, warum habe ich das euch jetzt alles erzählt und was hat das überhaupt mit KI zu tun? Das wirkt ja jetzt so ein bisschen weit weg. Naja, ihr habt ja jetzt gesehen, dass es für jede Anwendung quasi auch das richtige Triebwerk gibt oder auch verschiedenste Komponenten dann je nachdem ausgelegt werden müssen. Das bedeutet aber auch, dass wir die Teile immer weiterentwickeln müssen halt und wie gesagt speziell für diesen Anwendungsfall anpassen müssen. Um euch da mal zu zeigen, was da alles in der letzten Zeit so passiert ist, zieht euch mal dieses moderne Rolls-Royce-Triebwerk rein. Im Vergleich zu einem älteren Turbojet-Triebwerk der ersten Generation hier in J47 ist der spezifische Treibstoffverbrauch um fast die Hälfte gesunken. Das ist echt krass, oder? Aber wie geht das eigentlich? Wie wurden diese Teile in der ganzen Zeit so viel besser? Und ich möchte euch mal ein Beispiel zeigen aus unserer Forschung, also in unserem Institut, was wir persönlich wirklich gemacht haben. Und das war ein Verdichter von dem Triebwerk, den wir mithilfe von maschinellen Lernen und Computern, also Supercomputern, stark verbessert haben. Und deswegen fangen wir erstmal kurz damit an, was eigentlich ein Verdichter ist. So, hier seht ihr jetzt ein sehr altes Triebwerk und vorne ist der Verdichter, der saugt quasi die Luft ein und baut dann Druck auf. Also er presst die so nach hinten durch quasi, ne, so schiebt die nach hinten. So, und dahinter ist die Brennkammer, also nach dem Verdichter kommt sofort die Brennkammer und hier wird jetzt der Sprit eingespritzt und verbrannt. So, und hier wird jetzt auch eine sehr wesentliche Funktion des Verdichters klar. Die Verbrennung erzeugt ja Druck in alle Richtungen, also der Verbrennung ist es ja völlig egal, wo sie hingeht. Durch den Druck des Verdichters geht das alles brav nach hinten raus, ne. Also ihr merkt schon, der Verdichter sorgt dafür, dass die Flammen quasi nicht vorne aus dem Triebwerk rauskommen. Das wäre ja irgendwie blöd. So, und das ist jetzt natürlich total massiv vereinfacht. Also der Verdichter hat auch thermodynamisch einige Eigenschaften, die sehr wichtig sind. Aber mal so ganz einfach kann man sich es, glaube ich, schon mal vorstellen, dass so ein Ding ziemlich wichtig ist. So, und hinter der Brennkammer ist dann die Turbine. Und die wird durch den Abgasstrahl der Brennkammer dann wieder angetrieben. Also das heißt, die Turbine nimmt dann das heiße Gas auf und die dreht sich dann wieder, einfach dadurch, dass sie dann heißes Gas abkriegt. So, und jetzt der Witz. Die Turbine ist wiederum vorne an den Verdichter gekoppelt. Also die drehen quasi einfach gleich, weil die an derselben Welle verbunden sind. Also an demselben Stab, wenn ihr so einfach wollt, ja. So, und ihr merkt schon, das ist ein Kreisprozess. So, und jetzt zu dem Verdichter, den wir eigentlich verbessert haben, und zwar mit Hilfe von maschinellem Lernen. So sah das Teil vorher aus. Dann haben wir das mit einem Supercomputer quasi verbessert. Wie genau, erkläre ich euch gleich. Und der Supercomputer oder das Verfahren, was wir darauf haben laufen lassen, hat dann das daraus gemacht. So, und ihr seht jetzt, wie krass, wie anders die Kanten aussehen, wie geschwungen die sind. Das sieht schon ein bisschen aus wie so ein Fleischwolf, wenn man jetzt böse... Ihr seht, der hat viel mehr kleine Details, ist viel komplexer aufgebaut und so weiter. Und es dient jedes kleine Detail, was ihr da seht, das dient dazu, die Luftströmung massiv zu verbessern und damit den Verbrauch zu reduzieren. Und ich zeige euch auch gleich mal ganz konkret, was da eigentlich passiert ist an der Strömung. So, und danach wurde das computeroptimierte Teil, also dieses Ding ist ja wirklich komplett auf einem Computer entstanden, ne. Und dann wurde es wirklich gebaut und auf unserem Prüfstand vermessen. Und ihr seht schon, auch ziemlich geiler Scheiß mit dem Prüfstand. Wäre nochmal ein eigenes Video wert, aber heute nicht. So, und was kam jetzt aber dabei raus? Das ist halt schon krass, der Verdichter ist im Durchschnitt, also wirklich über alle Betriebspunkte, sagt man, um 2% effizienter und kann auch einiges mehr an Luftmassenstrom durchsetzen. So, und das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel 2%, aber ich kann euch so viel sagen, dass es in unserem Bereich hier sind das Welten, also es ist wirklich viel. So, und das einfach nur durch eine andere Form. Und alles ist auf einem Computer entstanden. So, und jetzt natürlich die nächste Frage, was hat die KI eigentlich damit zu tun? Was ist mit der Optimierung und so weiter? Wie macht man das? Und was genau hat er da eigentlich jetzt verändert? Und warum ist es so viel besser? Und das zeige ich euch jetzt alles, denn es ist wirklich, wirklich interessant. So, und jetzt wird es richtig geil, denn wir hatten ja damals quasi die Ausgangssituation, also dieses Teil hier, das war schon da, also das gab es einfach schon. Und wir hatten den Auftrag, hey, das soll jetzt irgendwie cooler, effizienter werden, mehr Luftmassenströme befördern, also mehr Luft durchpressen, muss einfach geiler werden, das Ding, ja? Klar, so lautet der Auftrag nicht, aber so für euch, damit es man sich vorstellen kann. So, und wie soll ich das jetzt machen? Also wie gehe ich da überhaupt ran? So, im ersten Schritt muss ich jetzt als erstes ein Computermodell von diesem Teil erzeugen. Was heißt das? Na, ich muss da jetzt irgendwie dieses Ding, also dieses Teil, was ich da jetzt real habe, also diese Geometrie, muss ich irgendwie in Zahlen ausdrücken. Und wie macht man das typischerweise? Zum Beispiel seht ihr das hier, jetzt habe ich hier in grün irgendwie so eine Länge an der Oberseite der Schaufel definiert. Und die kann ich angeben, also ich kann sagen, diese Länge ist jetzt 2 cm, 3, 4, 5, und dann gebe ich das dem Computer und dann macht er das Ding an der Stelle einfach länger. Also dafür haben wir Programme, die wir mal irgendwann erzeugt haben. Und jetzt gibt es ganz viele von diesen Parametern, also Winkel, Längen, an der Vorderkanne, in der Mitte, unten, oben und so weiter. Und damit kann ich das jetzt irgendwie alles beschreiben. So, und in unserem Fall waren es 53 von diesen Winkeln, Längen und den ganzen Parametern, die ich da so habe. Die konnte ich jetzt also einstellen und damit diesen Verdichter, der schon existierte, verformen. Ja, also ich konnte den am Computer irgendwie verformen. Und dann habe ich erstmal die Möglichkeit, alle möglichen Verdichter, die ähnlich sind zu dem Ding, am Computer zu erzeugen. Und das ist schon mal ganz cool. Danach geht das Teil, also diese Geometrie oder diese Verformung, die ich da irgendwie gemacht habe, in eine Simulationssoftware. Und das nennen wir immer Strömungslöser. Der soll also Luftströmungen berechnen. So, und diese Software, die wird auch bei uns im Institut entwickelt. Und da sitzt eine ganze Abteilung dran. Und das bereits seit sehr, sehr vielen Jahren, die daran entwickeln. Es immer verbessern, neue Verfahren da reinpacken und so weiter. Und es wird tatsächlich sogar, was wir hier machen, in vielen deutschen größeren Unternehmen verwendet. Was auch ziemlich geil ist. Okay, aber ich kann damit jetzt quasi berechnen, wie die Luftströmung durch den Verdichter wie geht. Also wie die da durchgeht, wie schnell die ist, wie viel Druck herrscht an welcher Stelle und so weiter. Aber, und das ist das Wichtige, auch wie effizient der ist. Naja, ich kann jetzt also aus diesen 53 Zahlen, also irgendwelchen Winkeln, Längen und so weiter, die ich da irgendwie angebe, dann ganz viele von diesen verformten Verdichterrädern erzeugen, diese am Computer simulieren und dann vorhersagen, wie hoch der Wirkungsgrad ist oder wie hoch ist der Durchsatz. Wie stabil sind die auch. Also auch mechanisch können die kaputt gehen. Und das kann ich alles vorhersagen. Und das Ganze ohne die Teile jemals wirklich bauen zu müssen, denn das ist richtig, richtig teuer. Also ein Teil zu bauen und zu messen kostet echt Asche. Deswegen will man das nicht. Also ich glaube, so langsam dämmert euch, wo die Reise hingeht. Also, jetzt kann man auf die Idee kommen, ich kann das ja jetzt alles vom Computer machen, kann ich den Scheiß nicht auch noch automatisieren? Das ist ja jetzt nervtötend, wenn irgendwie ein armer Ingenieur da 53 Fummelparameter hoch runter und alles mögliche, da wird der ziemlich kirre. Und es ist tatsächlich mathematisch fast nicht möglich, da was Gutes zu finden. Also automatisiere ich das einfach und lasse den Computer die Geometrie selbst ändern. Der simuliert dann quasi immer irgendeine Geometrie, die er sich ausgedacht hat und versucht dann den höchsten Wirkungsgrad zu finden. Das Coole dabei ist, der läuft 24-7 durch und das geht auf einem Supercomputer dann tatsächlich auch relativ flott. So, und genau so machen wir das quasi. Und jetzt kommt das nächste Problem und jetzt bewegen wir uns mehr Richtung KI. Ihr habt ja schon gehört, Supercomputer. Und jetzt kann man die Frage stellen, warum überhaupt? Ach so, das ist hier unser Supercomputer. Also auf dem rechnen wir mit anderen DLR-Instituten aktuell drauf. Das ist halt total geil. Also es ist auch toll, dass wir überhaupt sowas machen können und dürfen. Das ist wirklich echt ein Privileg, finde ich. Naja, aber warum brauchen wir überhaupt einen Supercomputer? Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, weil die Dinger sind ja auch teuer. Weil diese Strömungslösungen, also diese Simulationssoftware, die ist so verschießen aufwendig. Also dafür brauche ich einfach einen mega Hochleistungsrechner und selbst der ackert da gerne mal an einer, an einer Strömungssimulation mehrere Stunden, teilweise bei aufwendigen Rechnungen sogar Tage, an einer einzigen Simulation. Und um einen guten Verdichter zu finden, brauche ich in der Regel tausende von diesen Simulationen. Also ihr merkt schon, das Ganze wird echt auch selbst numerisch, also auf dem Computer aufwendig. Warum ist das so? Naja, ich muss die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen, das sind die Gleichungen, die solche Strömungen beschreiben, also die physikalischen Gleichungen, die muss ich irgendwie lösen, näherungsweise. Und das ist auch nicht ganz einfach, damit so klar wird, wie ätzend das ist, diese Gleichungen zu lösen. Nur der Nachweis, ob es überhaupt eine eindeutige Lösung gibt, also der mathematische Nachweis, ist eins der sogenannten Millennium-Probleme und das ist mit einem Preisgeld von eine Million Dollar dotiert. Nicht die Lösung selbst, sondern nur der Nachweis, dass überhaupt eine eindeutige Lösung existiert. Das ist schon krass, oder? Naja, und die am Computer zu lösen, reicht natürlich nicht, um diese eine Million abzugreifen, denn da benutzen wir so ein paar, ich sag's mal, dreckige Tricks. So, also solche Strömungslösungen sind auf jeden Fall super, super aufwendig, selbst am Computer und das ist dann leider auch wiederum teuer und das ist wieder doof. Aber es ist billiger, als jetzt irgendwie die Dinger zu bauen, aber es ist immer noch teuer und es ist halt auch doof. Das heißt, es macht alles wieder voll schwer. Die scheiß Realität ist einfach so gemein. So, und erinnert euch nochmal an dieses Bild hier, ja? Der Computer probiert jetzt alle möglichen Verdichtergeometrien aus. Also er kann die ja verändern und probiert die dann aus, simuliert die quasi und weiß dann, ah, alles klar, der Wirkungsgrad hier ist super geil oder der ist scheiße. Und er sucht dann natürlich das Ding mit zum Beispiel dem höchsten Wirkungsgrad. Und jetzt die Frage, wie probiert er denn eigentlich aus? Also wie macht er das? Wie ändert er dann die Winkel und so weiter? Da muss er auch irgendeine Idee haben. Macht er das zufällig? Das war pure Glück. Ich war nicht in der Situation überhaupt. Oder hat er irgendwie ein System oder lernen wir sogar irgendwie, wie auch immer. Tatsächlich sind alle drei Methoden durchaus gebräuchlich. Also zufällig ein bisschen schlauer ausprobieren oder halt auch lernen. Aber weil diese Simulationen so saulange dauern, wollen wir natürlich so wenig wie möglich davon machen. Das heißt, wir wollen so schlau wie möglich ausprobieren. Also wir möchten so schnell wie möglich an das Ziel kommen. Das heißt, an unseren höchsten Wirkungsgrad. Und das heißt, am Ende, wir wollen so wenig Simulationen wie möglich machen. So, und jetzt merkt ihr schon, okay, lernen und so einen Scheiß. Jetzt kommen wir Richtung KI. So, ich habe euch ja eben erklärt, dass unser Supercomputer jetzt einfach, sagen wir mal zufällig, immer mal die Länge der Vorderkante oder dann mal wieder die Höhe der Schaufel geändert hat. Also einfach mal so ein bisschen random ausprobiert und diesen Ausgangsverdichter, den wir da haben, irgendwie modifiziert hat. Ja, wie ist jetzt mal kurz egal. Und am Ende haben wir dann einen Haufen von diesen Verdichtern im Computer. Also dann wirklich Dateien einfach. Die kann ich dann auslesen. Und was super, super wichtig ist, die Simulationen haben wir dann, aber auch den Wirkungsgrad und so weiter. Also die Werte, die uns dann wirklich interessieren. So, und da ich am Anfang einer Optimierung ja gar keine Ahnung habe, was ich eigentlich ändern soll, damit der Verdichter überhaupt einen besseren Wirkungsgrad bekommt, habe ich das am Anfang wirklich erstmal zufällig gemacht. Und dann habe ich vermutlich die alle, die ich simuliert und berechnet habe, irgendwie alle einen scheiß Wirkungsgrad, weil es ja zufällig ist. Und zufällig ist halt einfach immer verdammt schwer, was Gutes zu finden. That was pure luck. I was not in control of that situation at all. Also pure luck ist halt bei der gigantischen Anzahl der Möglichkeiten, die wir da haben, da ist das Glück in der Regel nicht auf deiner Seite. Aber ich habe ja diese zufälligen Simulationen gemacht. Und die sind jetzt zwar alle scheiße, aber ich kenne jetzt zumindest ein paar von diesen Verdichtern. Die sind alle auch ein bisschen unterschiedlich. Und für jeden dieser Teile habe ich die Strömung, die Wirkungsgrade, die Drücke, Geschwindigkeiten. Also ich weiß eigentlich so ziemlich alles über das Teil. Und davon habe ich jetzt ein paar, auch wenn die alle scheiße sind, mal gemacht. Und was bedeutet das? Ich habe jetzt mega, mega viel an Daten. So, und in diesen Daten kann man durchaus schon ein bisschen was erkennen. Also man kann ja zum Beispiel sehen, wenn ich da oben die Länge mache, dann ist der vielleicht, vorher war der mega scheiße und jetzt ist es ein bisschen weniger scheiße. So Sachen kann ich dann schon erkennen. Da kann man ein bisschen was sehen. Ich zeige euch aber auch gleich mal was. Und genau dieses Erkennen, genau dieses Lernen, das soll die KI jetzt tun. Also aus vorhandenen, bereits vorhandenen Daten, die wir haben, lernen, damit Prognosen erstellen oder auch irgendwie Bereiche erkennen, die scheiße sind und die dann automatisch verbessern. Und das geht natürlich super, super schnell. Also viel, viel schneller, als wenn wir die irgendwie simulieren müssten oder so. So, und so hoffen wir dann irgendwie effizient, gute Verdichter zu erzeugen. So, und jetzt natürlich total interessant. Was genau lernt die denn eigentlich? Und wie sieht denn dann so eine Verbesserung bei so einem Verdichter eigentlich aus? Zeige ich euch. Ihr kennt bestimmt Deepfakes, also die KIs, denen du zum Beispiel so einen Satz wie Trump wird verhaftet gibst. Und dann kriegst du so ein Bild raus irgendwie. Und was dann echt schon ziemlich geil aussieht. Das sieht wirklich so aus, als würde der Typ da irgendwie verhaftet werden. Ich persönlich arbeite jetzt daran, ob man solche Technologien auch im Bereich der Physik beziehungsweise Simulation für zum Beispiel Triebwerke nutzen kann. Und die erstaunliche Antwort ist ja. Es ist nicht ganz einfach. Ich erkläre euch gleich, warum. Okay, dieser Verdichter, den ich euch hier die ganze Zeit zeige, das Teil hier ist übrigens für eine industrielle Hochtemperaturwärmepumpe, die mit Wasser da funktioniert. Also ich habe euch da so ein bisschen an der Nase rumgeführt. Es ist kein Triebwerksverdichter, wir machen auch sowas, aber ich wollte es nicht zu kompliziert machen. So, und das sieht jetzt zum Beispiel so aus. Das hier ist jetzt ein Schnitt durch diese Schaufel durch. Und das Weiße, was ihr da seht, das ist die Schaufel, also wirklich so einmal so zack durchgeschnitten, als würden wir da so reingucken, so einen Schnitt machen. Und dann gucken wir uns den nur an. Die Farben, die ihr hier sehen könnt, das ist die Machtzahl. Also quasi eins würde bedeuten, hier ist eine Überschall, also genau eine Strömung, die dann Geschwindigkeit sozusagen hat, die der Schallgeschwindigkeit an der Stelle entspricht. Und ihr seht auch hier, dass wir da eine Überschallströmung haben, also zum Beispiel mit 1,5-facher Schallgeschwindigkeit, die aber auch super rapide abfällt. Also ihr merkt das wie so eine Wand. So fast wie so eine krasse Wand irgendwie. Und der Übergang ist hier ein sogenannter Verdichtungsstoß. Also an der Vorderkante habe ich auch nochmal so einen kleinen. Und diese Stöße sind sogenannte Überschallphänomene. Die sind einerseits nützlich, weil sie schlagartig den Druck erhöhen, verursachen aber auch megagroße Verluste. Und warum labere ich euch damit voll? Naja, das ist nämlich genau etwas, was man optimieren kann und was man auch erkennen kann, also verbessern kann. Und das ist total wesentlich für den Wirkungsgrad. So und genau so einen Scheiß soll die KI jetzt tatsächlich lernen. Also eigentlich so viel wie, der Verdichtungsstoß ist super wichtig, hat großen Impact auf den Wirkungsgrad und jetzt musst du nur noch kapieren, welche dieser Parameter am Anfang, also Winkel und Längen, sind denn da eigentlich wichtig. Und genau das tut die. Und wie macht sie das? Naja, ich gebe der KI, die ich jetzt selber zum Beispiel entwickelt habe, diese bekannten Simulationen, also diese Random-Dinger, diese, was weiß ich, sagen wir mal, in der Regel sind es so 100 von diesen Verdichtern, die wir dann irgendwie zufällig simuliert haben und die alle scheiße sind. Und die gebe ich dir einfach zum Lernen und die lernt dann daraus, wie die Strömung tatsächlich funktioniert und welche von diesen Parametern irgendwie wichtig sind. Und hier im Video könnt ihr zum Beispiel sehen, wie die KI so bekannte Simulationen bekommt, also diese, sagen wir mal, 100 Random-Dinger vom Anfang und daraus lernt, wie die Strömung aussehen sollte. Also so lernt die wirklich, so sieht das aus. So und hier links seht ihr jetzt, das ist eine unbekannte Simulation, die hat die KI also quasi noch nie gesehen, das ist für die völlig fremd. Und rechts ist so, dass das ist das, was sie vorhersagen würde. Also aus den bekannten Daten macht die diese Prognose daraus. Und die ist echt gut. Also ihr seht, das ist verdammt ähnlich. Die KI braucht aber nur einen Bruchteil einer Sekunde dafür. Und ihr seht, die ist nicht perfekt. Also es gibt immer noch so kleine Differenzen und so, aber ist schon verdammt gut und nah dran. Und das ist ein sausauguter Hinweis, was da eigentlich passiert. Ja, und das genau nutze ich in meiner Optimierung. Also ich mache Prognosen, die super schnell gehen und finde so viel schneller und gezielter einen Verdichter, der zum Beispiel einen mega guten Wirkungsgrad hat. In der Realität haben wir natürlich viele Ziele, also nicht nur den Wirkungsgrad. Wir haben auch noch sogenannte Nebenbedingungen. Also zum Beispiel sowas wie eine mechanische Belastung, die darf nicht zu hoch sein. Also da gibt es einfach eine harte Grenze. Das weiß ich, eine mechanische Spannung zum Beispiel, die darf nicht höher sein als so und so viel Megapascal oder so. Solche Grenzen gibt es auch. So, und was ist jetzt eigentlich so viel anders als zum Beispiel bei DALL-E oder Midjourney in diesen ganzen Bildgeneratoren? Kann ich die denn nicht irgendwie dafür direkt verwenden? Nicht so einfach tatsächlich. DALL-E oder Midjourney zum Beispiel bekommen Milliarden von Bildern, ja, also die lernt es halt. Die kriegt Milliarden von Bildern aus dem Internet, lernt die und dann auch diese Sätze irgendwie dazu. Wie genau das funktioniert, können wir heute nicht klären, aber so in etwa kann man sich das vorstellen. In unseren Fällen, also das, was ich da mache mit den physikalischen Simulationen, habt ihr ja eben gesehen, die sind halt so teuer. Das heißt, ich habe meistens nur so 80 bis 200 Simulationen am Anfang am Start. Mehr habe ich nicht zum Lernen. Das heißt, Milliarden gegen 200 oder so. Also das ist eine ganz andere Größenordnung und das heißt, ich muss auch dieses neuronale Netz, was dahinter steckt, ganz, ganz anders aufbauen. Wir haben aber auch Anforderungen an die Genauigkeit, also wie gut die Angaben stimmen zum Beispiel. Bei Bildgeneratoren muss es wirklich echt aussehen, also es muss gut aussehen. Bei uns muss der Druck und die Geschwindigkeit extrem genau getroffen werden und das Aussehen reicht uns nicht, sondern es muss auch wirklich zahlenmäßig gut sein. So meistens sollten die Abweichungen echt kleiner als ein Prozent sein, ansonsten sind die Vorhersagen für viele Probleme gar nicht nutzbar. Das heißt, wir müssen hier echt scheißgenau werden. Auch was die Geschwindigkeit angeht, zum Beispiel so ein Doll-E beispielsweise, die trainieren so ein Ding teilweise wochenlang mit Milliarden von Bildern und das lernt dann natürlich, was es zu tun hat und so weiter und erst danach kann ich es zum Bildgenerieren verwenden. Also es gibt immer diese Trainingsphase und danach sage ich was vorher. Für unsere Prognosen muss das viel, viel schneller gehen, da sie quasi live in einer Optimierung eingesetzt werden. Also als Ziel haben wir uns zum Beispiel so für zehn Minuten für das Training und deutlich unter eine Sekunde für die Vorhersagen gesetzt. Also ihr seht, das ist einfach so ein komplett anderes Problem. Also es ist ein ähnliches Feld, also wir machen schon ähnliche Dinge, aber die Randbedingungen, die wir haben, sind ganz, ganz andere. Okay, ich hoffe, ihr habt so grob verstanden, was wir so treiben. Vielleicht hat das der ganzen Geschichte so ein bisschen mystik und Angst rausgenommen. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel gewesen, dass ihr so ein bisschen klarer seht, was wir als Wissenschaftler hier eigentlich treiben und dass das eigentlich auch alles noch sehr am Anfang steht. Also ihr habt auch gemerkt, das ist noch kein krasser Prozess, der super gut funktioniert. Wir stehen erst am Anfang der Forschung, wir lernen erst jetzt mit KI umzugehen. Aber ich frage gleich auch noch mal zwei meiner Kollegen halt irgendwie, was die eigentlich zu diesen gesellschaftlichen Themen denken bezüglich KI. Also bleibt gerne dran, um das Interview jetzt noch zu sehen. Und ich sage dann, bis dahin macht's gut, auf Wiedersehen, ciao. Bis zum nächsten Mal.